Nein! Ich wallrunnen! Ich wollte doch nicht mal wallrunnen, Kollege, Mann! Oh, komm schon! Kommt euch! Yes, da ist er! Danke für die Ablenkung! Oh, da ist der Kill! Komm schon! Fick ihn! Yes! Ich hab ihn! Geh wieder hin! Hey, Leute! Hier ist überhaupt der Unterbindel von den Two Epic Buddies. Und ja, ich hab gestern gesagt, wir sollen mal kurz unser Lenkrad anschließen und mir noch Konkurrenz machen. Und wir haben uns gedacht, wir machen das heute. Deswegen heute am Start. Ey, und es funktioniert alles wunderbar, perfekt. Die Sensitivität ist vielleicht ein bisschen gering, aber... Ja, gut. Ich wünsch dir auf jeden Fall mega viel Glück! Ich stell mal kurz die Sensitivität noch um, warte! So, Jungs, das ist schon besser. Okay, perfekt. Ich würd sagen, let's go! Weißt du was? Ich hab keine Sprinten-Taste. Ist aber kackegal. Sowas brauch ich nicht! Genau, Mann, komm! Mach jetzt hier meinen Führerschein! Hinter mir was? Wer ist besser? Hauptmann oder es mir noch mit Lenkrad? Ich hab die Taste nicht. Ich hab unter meinen Beinen noch kurz auch zwei Pedale. Das heißt, mit denen kann ich anvisieren und schießen. Das heißt, ich werd auch hoffentlich nicht so oft fehlen, dass ich das Pedal verfehle. So auf die Art. Ja, Mann. Hinter dir sind ein paar. Ja. Ich zieh durch! Holy shit, ist das dumm! Ich geh da mal rum rein! Ich bin ne Schnecke! Ich seh es, Mann. Du läufst rum wie ein Bot, Mann. Du läufst rum wie es mir noch. Ich bin halt es mir noch. Wisst ihr, ihr habt gestern einfach es mir noch gesehen. Das war echt leider. Nein! Jetzt lass mich doch wenigstens. Lass mir ein bisschen Zeit zum Anvisieren, Kollege. Was ist los bei dir? Ich hab das Gefühl, du musst irgendwo campen, Mann. Ja. Ich mein, ich kann schon rumjumpen wie ein Profi. Ich weiß, wir haben damals schon mal sowas gemacht. Aber heute ein bisschen ne andere Steuerung. Deswegen hab ich keine Ahnung mehr davon, wie wir das damals gemacht haben. Wie viel Kill hatten wir damals? Nein! Ich wallrunning! Ich wollte doch nicht mal wallrunning, Kollege, Mann. Ich wollte einfach nur springen. Ich mach hier die krassen Moves. Das war alles geplant. Ich wollte einfach einen wallrun Kill machen. Nein! Schon wieder einer. Aus der Hüfte, ne. Durchziehen. Hallo, blockier mich nicht. Ich glaub, da drinnen ist auch irgendeiner. Aufpassen. Yes! Yes! Oh, schade. Ich camp jetzt. Ich camp jetzt endurch die Welt. Ich hab keinen Bock mehr, nur aufs Maul zu bekommen von dem. Ich geh wieder da rein. Und warte, ich zieh ein bisschen weiter. Und warte, du könntest dann aus dem Fenster raus headglitchen, Mann. Alles klar, wahrscheinlich werde ich aus dem Fenster raus headglitchen, wenn ich sowieso schon nix treffe. Uh! Ich werde jetzt hier reingehen und werde den hier machen. Warte. Ja, ich bin gespannt. Nein, da war einer! Der kommt hinten raus. Von hinten, komm! 360! Ey, du siehst in mir! Also nicht du, der random da. Warte. Einmal kurz drehen, danke. Perfekt, guck. Und jetzt, ich hab mein Pedal, also mein Fuß kurz vorm Schusspedal. Komm schon, jetzt kommt hier rein. Ich geh mal wieder weiter. Kommt Gegner. Ja. Ich stell mich hier rein. Okay, ich glaub von hier wird dann einer kommen. Nein, der boxt mich tot, Mann! Pfff! Ich will einen Kill heute schaffen, Mann! Also, Smirnoff werden wir auf jeden Fall keine Konkurrenz machen. Ich mein, im Sinne vom Schlechtsein schon, aber... Ja, Mann! Wie ich immer unabsichtlich wallrunne. Bleib mal stehen kurz. Was? Ich kann auch jumpen. Nein! Setz Hitzewelle für mich ein, ich geb auf, Mann! Das ist... Digga! Da spielst du schon mit Lenkerland und sowas, Mann! Hier, anvisieren! Nein! Schieß doch! Ich hab aufs Schießen gedrückt, du scheiß Pedal! Warum funktioniert... Ich schwör's dir, ich hätte ihn geholt. Ich hätte ihn einfach zerstört. Funktioniert das? Es funktioniert beides gleichzeitig gar nicht. Wenn ich das rechte Pedal und das linke drückt, dann visier ab. Was ist denn er für ein Zicoiner? Was? Das heißt, du kannst nur aus der Hüfte schießen? Ja, Mann! Ripp! Rippe! Habe ich die Steuerung wieder perfekt eingestellt. Man muss auch sagen, es ist eine ordentliche Schwitzerlobby. Ich hoffe mal, die haben jetzt alle keine Drode am Start. Ich habe ihn zumal nicht einmal angeschossen. Komm schon! Komm! Ja! Da ist der Erste! Da kommt der Nächste schon! Komm schon! Nein, so weit kann ich nicht. Nein, bitte sieh mich einfach nicht. Okay, ich bleib hier. Ich lad mal kurz nach. Okay. Soll ich? Ich geh in die andere Ecke. Ja, ich versuche hier wieder ein paar vielleicht reinzulocken. Ja, lock sie rein, Mann. Du bist der Lockvogel. Das ist perfekt. Bleib hier sitzen. Mates, warum lauft ihr immer zu uns alle? Ich weiß nicht. Guck mal, der ist Level 3. Der hat keine Ahnung von dem Game. Warte, da kommt einer von hinten. Der hat Geist. Oh Gott, der kommt gleich. Er kommt wieder. Er schießt. Yes! Der Zweite in Folge. Ich bin mega nice, Mann. Komm schon. Jetzt gehen wir positiv, Jungs. Nicht mehr so oft. Ich will noch einen Kill hier machen. Das ist gerade so der schöne Spot. Bitte, danke. Okay. Ja, der kommt wieder. Er kommt. Ich hab den jetzt dreimal in Folge geholt. Deselben Typen. Ich mein, du kannst verkaufen gehen, bitte. Du hast gerade von Lenkrad dreimal kassiert. Oh Mann. Was ist da los? Eine Runde geben wir uns noch, oder? Let's go auf jeden Fall. Warte, was waren meine Stars? 3 zu 9. Ich hab ne bessere Kette als Smirnoff. Ja, Mann. 0,33 AKD. Alles klar. Jungs, ich kann auch Klassenerstellen. Guckt mal. Ich hab zwar nur einen Mauscursor, den ich hier bewegen kann. Aber guck. Wir haben ja ein Great Class. Drück drauf auf die Bude. Hier. Wir müssen unsere Klasse anpassen. Einmal runter hier. Was brauche ich? Ich bräuchte eigentlich kein Plünder. Ich brauche eiskalt. Obwohl ich mich eigentlich absolut nicht bewege. Aber egal. Wir nehmen noch. Wir haben noch Platz für eine Granate. Komm, ey. Das ist Klassenerstellen mit Lenkrad. So lobe ich mir das. Wir brauchen eine Stolperfalle. Würde ich behaupten. Gönn Diamanten. Das dritte Perk. Wie lange habe ich noch Zeit? 9 Sekunden gleich. Okay. Dann nehmen wir das noch mit. Einmal hier rein. Schockladung. Perfekt. Haben wir drinnen. Dann nehmen wir natürlich eine zweite auch noch mit. Und jetzt sind wir gewappnet für die nächste Runde. Da sollte hoffentlich nichts schief gehen. Wir sind perfekt ausgerüstet. Back. Welche Map? Stronghold. Stronghold. Alles möglich. Wir haben den Prestigemaster dabei. Let's go. Jetzt gewinnen wir. Jetzt gehe ich positiv. Auf gehts, Mann. Jungs. Klasse auswählen mit Lenkrad. Das ist ein Lifestyle. Das glaubt ihr nicht, Mann. Zersteigt eure KD-Winne erstmal. So. Ich würde sagen, wir gehen einfach links in das Haus rein. Und gucken, dass wir da vielleicht ein paar wegcampen. Weil ich glaube, mit rumlaufen wirds hier nichts. Das ist eindeutig zu schwierig mit einem scheiß Lenkrad. Holy shit. Du jumpst da hoch. Ja. Okay. Ich bin dafür geboren worden. Kommt safe gleich einer rein. Ja. Da kommen jetzt gleich ein paar. Ich lenke die ab. Ich schieße einfach ein bisschen hier. Schieße. Komm schon. Yes. Da ist er. Da ist der King. Ich glaube, da kommt noch einer. Okay. Ich stehe ein bisschen niedriger, dass ich auf Body Shots gehe. Okay. Vielleicht kommt auch keiner. Okay. Team jetzt haben geklärt. Bitte nicht wieder von hinten. Die kommt. Warte. Guck mal. In Westen. Mach ich schon. Perfekt. Ich habe hier die Seite. Falls wer rein springt. Komm schon. Ich habe da was gesehen. Aber die Team jetzt neckt die gleich von hinten. Da kommt einer. Ja. Achtung. Der hat den Tomahawk reingeworfen. Kommt schon. Kommt doch. Yes. Da ist er. Danke für die Ablenkung. Und der Mate. Vielleicht kommt da direkt noch einer. Oh Gott. Warte mal. Ich mache jetzt den hier. Nein. Du. Was. Wie hast du den bekommen, Mann? Ich bin ein Gott, Mann. Du bist echt ein Gott. Habe ich einfach gemacht, Mann. Also warte. Wie stehe ich? Ich stehe positiv. Oh mein Gott. Das ist ein Gott. Das ist ein Gott. Das ist ein Gott. Ja. Das ist ein Gott. Ja. Ich bin tot. Er hat mir einen Schwarm hingeworfen. Oh shit. Der kommt da außen. Ich glaube der läuft wieder weg. Ey komm. Bleib stehen, Mann. Ja. Er ist schon bei mir. Hast du vor. Oh der geht doch keine Artwerfer da. Hat Angst vor einem. Von einem. Von einem. Von einem Spieler. Oh. Fuck, Mann. Ich dachte ich hab dem gedrückt. Aber. Der Schuss hat nicht connected. Weißt du was? Ich mach jetzt diesen hier. Ich mach diesen. Und jetzt mach ich diesen. Hallo. Hinlegen. Ups. Jetzt mach ich diesen. Und dann jetzt. Hallo. Ich kann mich nicht mehr. Okay. Perfekt. Ich hab die. Ich hab die. Ich werd die jetzt zerstören. Kommt rein. Kommt schon. Kommt rein. Kommt rein hier. Ich will noch einen Kill. Ich bin negativ, Mann. Ich will einen Kill. Du brauchst noch einen Kill, Mann. Oh Gott. Das wird spannend. Die kommt jetzt echt. Ja. Meine Schockladung und meine Stolperfalle. Ich vertrau auf die, Mann. Ich schieß mal einfach ein bisschen hier. Und. Oh da ist der Kill. Komm schon. Fick ihn. Yes. Ich hab ihn. Huuu. 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 Ich bin. Ich bin. Ich bin positiv. Ja. Leute. Also ich würd sagen. Smirnoff. Wir sind besser als du. Oder besser wie du? Besser als du? Ich weiß es nicht. Nein nein. Wir sind besser als er. Mit nem Lenkrad. Oder? Ja. Würde ich auch behaupten. Easy. Sogar positiv. Ey. Das hätte ich nie gedacht, Leute. Ich würd sagen. Das war's. Kommt rein. Was? Die Gegner an. 0 zu 17. Alle negativ im Team. Ich hab sie einfach alle zerstört. Haha. Wir hoffen das Ganze hat dir gefallen. Wenn ja. Könnt ihr einen Like da lassen. Und bis jetzt wie immer. Beim nächsten Video. Haut rein. Und. Ciao. Au. Ciao. fuera ho. Bis zum nächsten Mal.